Mein Name ist Philipp Leimstuhl, ich bin 18 Jahre alt, ich spiele in Gies Mittelfeld. Meine bisherigen Vereine sind der KZ OSC und jetzt spiele ich seit fünf Jahren in Waldorf. Meine persönlichen Ziele sind mich in die Welt zu verbessern und unsere Saisonziele für die Mannschaft ist der Aufstieg.